die haarnadel das karussell s123 hat genau okay sieben minuten 20 ist der welt rekord mit dem wagen okay dann peile ich mal an dass ich 19 gerne und gerne unter neun minuten schaffen möchte jetzt die kreis noch besser stellen müssen eigentlich stimmt eigentlich ja beim nächsten mal ruhig statt vorne das ist schön platz acht und er ist nicht im stadt ruster das ist ein brite verdammt in dem muss man auf jeden fall viel mehr kurbeln wieder wer ist der grüne ich weiß nicht kai wo du hältst die alle auf ich nutze das um den vorsprung rauszufahren na die ich versuche die ersten hohoho ja das war dann ja da muss man echt mehr kurbeln kurbeln du hast ein gamepad du merkst das doch gar nicht doch aber wieviel ich mit dem gegensteuern muss was so ne äh muss deutlich mehr arbeiten fies ich muss auch deutlich mehr arbeiten weil die ähm oh heli das ist voll ungewohnt rechts zu sitzen mhm ich bin in letzter zeit ab und zu in äh dirt rally gefahren wo lang muss ich oh god da ist noch ein gelber wer ist das das war ich gerade ne vor mir ist direkt ein gelber achso äh seh ich grad nicht angezeigt wer bei mercedes ich glaub der hatte den den gelben den die mercedes den wir gerade hatten in gelb mit ein bisschen schwarz auf dem dach und hinten sah so aus als wäre das dach schwarz auf dem auswahl bildschirm ich muss mit den bremsen aufpassen ich drehe mich wenn ich bremse weiß nicht vielleicht hätten wir den neuen nehmen sollen er hat bessere chancen auf abs ja ich glaub das ist das problem er hat kein abs hier ich hätte jetzt gesagt dass der ja schon abs haben müsste so alt ist der auch nicht oder vielleicht deaktiviert also der mercedes hatte das definitiv er hat auf jeden fall mehr ps deswegen fange ich so schnell zu driften ich bin hinter dir und hinter mir ist noch eine ki die ich rausgekegelt habe ach äh die die verkehrt rum stand ja er hat ne dunklere motorhaube deswegen dachte ich erst wir haben es geschafft ihm die weg zu rammen ach mann wieder zu hart auf die bremse hier kommen die schleifen hier kommen die schleifen nein ah hi pass auf die scharf pass auf die scharf aber auchís da hilft die schwerkraft mit Herst ein bisschen bremsen entklappt das eigentlich ganz gut zwei reifen so im gras und dann gas geben das war vorhin immer sehr problematisch mit dem magnum ferrari und ich drifte zu viel bei meinen reifen leiden wo ist die hupe hinter der SWR greift an die ein bisschen anbremsen vor allem bis den links auf die kerbs damit bin ich mein letzter wird ja gerade überholt ich dring ihn ab ich wurde gerade von dem grün überholt aber die rechts kurve danach die zweite ist ein bisschen enger und danach geht es gleich auf und dann ins karussell ich fahre gerade langsamer und versuche den hinter mir auszubremsen bis du dran kommst ja ich habe ja auch noch einen vor mir ja ja also wir haben zwei KI zwischen uns ich mache gerade Kaffeefahrt hier und der folgt mir ich sehe euch noch nicht weil der andere das blockiert das ist der grüne ja 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 ich blockiere die ich blockiere die der grüne hat vorbeigezogen aber ich kann ich habe Probleme beide aufzuhalten kommst du durch ja ja komm gib Gas gib selbst Gas ich stand voll auf dem Gas ich habe mich hochgeschaltet ich war noch im zweiten Gang ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst aber irgendwer sagte ich müsste die KI nochmal höher stellen wer war das äh ich ich bin immer noch der Meinung aber dann würden wir ganz alleine fahren ach ich bin unfähig soll ich die KI blocken? ah Jano Jano ist der grüne äh sorry hat der uns schon überrundet kann eigentlich nicht sein ich habe den gerade beim wenden aus versehen gedreht habe ich seinen namen gesehen ne der grüne hier bei uns ok soll die KI ist hinter mir? ja ich komm gibt Gas wo ist der grüne? hinter mir Gott Dirk Dietrich Das ist die KI Hier wird es eng gleich Das ist das zweite Karussell Zwei Rechtskurven noch Und dann gibt es voll der Stoff Wie lange gerade? Ja Döttinger Höhe glaube ich Döttinger? Döttinger Ich bin für Oettinger Prost Und gib ihm Ich gib ihm Wer kann ich nicht Das ist ein Luftballon Der Typ hinter Zwischen uns Will überholen Der hat die neuere Version von unserer Mit mehr PS Hui Das Winken fehlt auch Wofür habe ich die Indexkontrolle eigentlich? Hoop Ich bremse ein bisschen Nein Weil genau das Ich wusste es Ich war schon von der Bremse runter Habe ich es geschafft sich noch zu drehen? Ach So Nachdem wir die Übungsrunde abgeschlossen haben Geht es jetzt um die richtige Runde Also Ne? Zweite Runde Letzte Runde Bist du mit erster aufgeschlossen? Ich bin dabei Ich sehe euch Ich bin eine Kurve zurück Jo Gib Gas Wooh Janus auch raus Ich ziehe vorbei Ja Ich schnapp sie dir Oh Na Shit Jetzt müssen wir ihn durch Kümmern einrollen Verdammt Siehste Jano? Ja Kommt Okay Ohohohohohoho Kommt schon Dirk Hier kommt eine scharfe Kurve oder? Ja die sollte man ein bisschen Scharf ist sie noch nicht Die nächste ist schlimmer Ohohohohoho Das war mir zu nah am Limit Also an meinem Limit Ja Oh shit Hier wird es enger Ja Ja Achtung 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 Wow Ich konnte nichts machen Da war Gras Ja ich glaub Dirk holen wir nicht mehr Doch Schau mal rum Siehst du Jano noch? Ne Doch da kommt er Kommt gerade um die Kurve Wo wir uns gerade gedreht haben Oh best lab delta 28 sekunden schneller als der ersten In diesem abschnitt Ich habe auch best lab Ich war gerade ein bisschen schneller als du Du kannst nicht schneller sein Du bist hinter mir Und du bist zuerst über die Startziellinie Das ist Das delta zu deiner vorherigen Rundenzeit war besser Ah ok Achtung Ich Äh Warte erstmal Ein bisschen warten Auf die Ohohohoho Ja ich warte anscheinend schon Vorsicht hier kommt eine scharfe Kurve Erst rechts und dann scharf links Ich kenne die ganzen Namen nicht wirklich Aber die Die Strecke Die Strecke kenne ich halbwegs Die ganz scharfe nach links Weil ich die ja recht oft gefahren bin Die wird getriftet Bei mir nicht Ja du kannst mit deinem bisschen besser steuern glaube ich Ich arbeite eher binär Es geht eigentlich mit dem Gamepad auch viel besser Ich mache das nur nie Ja genau Ich lenke auch immer Fast Fast so wie mit der Tastatur Klick 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 Immer so zum Vollanschlag Und dann Ja Kommt der Aber die sind alle so teuer Nee Noch seh ich die nicht Ich glaube der hat sie auch nochmal gedreht Na gut warten wir mal auf ihn oder? Ja ich coaster Er kommt Ja er ist da Ah ich seh euch Also im Vergleich zu dem vom letzten mal zu dem Mercedes ist der hier deutlich spritiger Man hört auch besser den äh Weil man schalten muss Muss nicht so viel auf die Das ist für mich kein Problem ich kann nicht schalten Du brauchst nicht schalten Kannst schon schalten Du sagtest nur beim letzten mal das macht alles kaputt Bringt die Automatik durcheinander Okay da seid ihr ja Pass auf die wird enger Karussell Das habe ich immer richtig Hier habe ich mich letztes mal gedreht Unter anderem Das hast du dir gemerkt Ich sag einfach Hier habe ich mich das letzte oder das vorletzte mal gedreht Oder hier drehe ich mich ständig Das passt auf die meisten Kurven Du sagst mir wieder wenn wir da vor der Geraden sind? Ja wir sind noch nicht mal im zweiten Karussell Achtung Asphal- äh Wortsteinpflaster Wir haben noch 182 Sekunden Ja das reicht da locker Ah ich habe mich hochgeschaltet wieder Wuh Nein Wow Best Lap Delta 51 Sekunden Ja das ist der grüne oder? Ja Hast du eine gelb grün schwäche? Bisschen ja Jetzt kommt gleich das zweite Karussell Wow das war gut Das war gut Das war gut Ja jetzt Hier zweite Karussell Oh das habe ich mal voll vergeicht Das ist jetzt wieder zwei Kurven Die erste hier und dann die langgezogene auf die Gerade Ich habe es verkackt So jetzt kommt es auf die Höchstgeschwindigkeit an Wir haben alle das gleiche Auto Ja auch? Ja Verdammt Okay dann kommt es nicht auf die Höchstgeschwindigkeit an Es kommt vor allem darauf an wie gut man durch die letzte Kurve gekommen ist Und ich bin ins Gras Und vor die Bande So ich sehe dich noch Er holt ein Er holt auf Windschatten Hier kommt gleich das Ziel oder? Äh dauert noch Jetzt kommen erstmal die Wo ich von abgeflogen bin Voll die Schikane Sie müsste es jetzt sehen Ja ja Erst draußen Die Schikane da Und dann Rechtskurve Und dann linkskurve Und dann nochmal scharfe Rechtskurve Wollte gerade sagen Ich dreh dich Aber Ich habe halt sonst so benutzt Ah verdammt Er wartet aber auch wieder Ja Aber er fährt durch die Linie Ähm Okay Ich würde gern runterscrollen Ah hier kann ich das Okay Acht Minuten 46 41 49 Wir sind unter den neun Minuten Das war doch der Plan Ja Holy moly Das war doch der Plan Ich bin unter den neun Ich bin unter den neun